hallo und willkommen bei einem neuen megablog video heute gibt es mal kein komplettes tutorial sondern eine kurze vorstellung meines aktuellen projekts einem retro rennspiel auf einem oled display aber wie immer natürlich mit einer übersicht über die verwendeten bauteile einer kurzen anleitung zur verkabelung und allen nötigen infos zum aduino sketch den sketch findet ihr verlinkt in der video beschreibung gesteuert wird mit zwei pushbuttons das spiel ziel hindernissen ausweichen und so weit wie möglich fahren bei stetig steigender geschwindigkeit ohne zu crashen das ganze läuft auf einem arduino uno oder einem kompatiblen port und ist ein schönes beispiel dafür wie man einfache spiele auf einem mikrocontroller umsetzen kann für den aufbau brauchen wir ein oled display 128 x 64 pixel mit einem ssd 1306 controller zwei pushbuttons für die steuerung einen buzzer für soundeffekte dann natürlich einen arduino ich habe hier einen arduino uno und idealerweise ein breadboard am besten aus einem dieser vielen starter kits und dann noch ein paar jumper kabel zur verbindung die tasten werden an d2 und d3 angeschlossen das andere ende jeweils an ground widerstand brauchen wir in diesem fall hier keinen wir verwenden den eingebauten pull up widerstand an den digital pins des arduino mit dem display kommunizieren wir per i2c also beim arduino uno über die analog pins a4 für das datenpin sta und a5 zum glockpin scl ansonsten noch die stromversorgung hier an 5 volt und an ground der optionale buzzer hängt an digital pin 6 den kann man aber auch einfach weglassen das spiel läuft mit einer festen frame rate von 25 frames pro sekunde wir haben also nur 40 millisekunden pro frame zeit um die spiel logik und den display inhalt für jedes frame neu zu berechnen im programm verwendete werte wie die langsam ansteigende geschwindigkeit der fahrzeuge im spielverlauf die will ich in kleinen schritten speichern und ändern können dazu bieten sich kommazahlen an aber berechnungen mit gleitkommazahlen auf so einem mikrocontroller die dauern relativ lang und das will ich vermeiden sonst kann es probleme mit der frame rate geben deswegen nutze ich für alle berechnungen intern ein zehnfach vergrößertes koordinatensystem aus den 128 x 64 pixel vom display werden also 1280 x 640 alle berechnungen von koordinaten oder geschwindigkeiten also positionsänderungen pro frame im spielverlauf finden mit integer zahlen in diesem vergrößerten koordinatensystem statt und erst vor der ausgabe wird dann einfach durch zehn geteilt und das auf die display größe heruntergerechnet dadurch kann ich immer mit schnellen ganz zahlen rechnen und gleitkommazahlen im programm code ganz vermeiden was die performance stark verbessert was gibt es sonst noch für besonderheiten im code ich habe mich übrigens bemüht den sehr gut zu dokumentieren obwohl alles zeitgesteuert ist wird nirgends ein delay verwendet alle vorgänge werden über die systemzeit mit der millis funktion gesteuert die animation auf dem startbildschirm mit dem fahrenden auto das scheinbar nahtlos rechts raus und links wieder rein fährt eine high score liste mit den top 10 ergebnissen die zuletzt erspielte punkte zahl blinkt wenn man es in die liste geschafft hat dauerhaft im eprom gespeichert wird leider noch nichts da scheint es noch einen konflikt mit der i2c ansteuerung des displays zu geben die gegner erscheinen zufällig und werden im spielverlauf immer mehr auf den einzelnen fahrspuren wird eine cooldown mechanik verwendet damit zwei fahrzeuge nicht direkt hintereinander erzeugt werden feier ist der spielverlauf trotzdem nicht immer manchmal gerät man in ausweglose situationen den kompletten quellcode findet ihr auf github ich habe versucht alles halbwegs gut zu dokumentieren einfach herunterladen die benötigte adafood ssd 1306 library installieren und loslegen die sprites für die fahrzeuge die sind nur 10 x 8 pixel groß falls ihr eure eigenen fahrzeuge oder hindernisse ins spiel bringen wollt kein problem mit dieser website hier könnt ihr png dateien in bitmaps für das OLED display umwandeln und dann direkt im programmcode einbinden einfach aufzubauen und trotzdem ein spaßiges projekt mit einem gewissen spielwert auch perfekt für einsteiger in die arduino programmierung wenn man mal etwas mehr will als nur ein paar leds blinken lassen oder auch für ein kleines schulprojekt als gruppenarbeit die kosten für die bauteile insgesamt sind ja sehr überschaubar falls ihr dieses projekt nachbauen wollt den link zu meinem blog artikel auf maker blog at findet ihr in der video beschreibung dort sind auch alle nötigen bauteile und bezugsquellen verlinkt der programmcode natürlich und wenn ihr fragen dazu habt bitte einfach in die kommentare schreiben wenn ihr mehr solcher projekte sehen wollt bitte abonniert meinen kanal das war's schon für heute viel spaß beim basteln und bis zum nächsten mal Wiedersehen did ed isu Untertitelung des ZDF, 2020